Hier ist der Laden, Mama, und hier sollen wir das richtige Kleid für meinen Abschluss finden. Oh mein Gott. Ja, mein Schatz, ganz oben gibt es eine ganze Abteilung voller Kleider. Bitte was? Schau dir mal bitte das Kleid an. Boah, der Max wird sich sowas in mich verlieben. Ich muss das haben. Ja, mein Schatz, du kannst das gerne anprobieren. Unter einer Bedingung, ich darf dir auch ein Kleid aussuchen. Okay, Mami, ich fange aber mit diesem hier an. Kannst du das sehen? Ich glaube, ich sah noch nie so schön aus und das wird der schönste Tag meines Lebens. Ja, mein Liebes, das sieht ganz gut an dir aus, aber wir wollen den Tag ja nicht von den Armen loben. Ziehen wir meine Variante an. Mama, ich sehe aus wie ein Spielkind und was ist das hier? Ich werde die Lachnummer. Was soll nur Max über mich denken? Mein Liebes, dass man dich immer zum Glück zwingen muss. Max wird dich ganz entzückend finden, was erst Oma Irmgard sagen wird.